Willkommen zurück zu meinem Let's Play The Last of Us. Ich bin's natürlich euer Boom36 und wir machen es spannend weiter. Wir sind natürlich immer noch in der Klimasituation. Oh, nein. Du, ich habe auch eine Schrotflinte, ne? Du bist tot, Aslan! Auf dem Bus! Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm! Fuck! Du bist ein leichtes Ziel, wenn du direkt auf Gegner zurennst. Was ist denn hier passiert? Gefährlich! Drehst du dich! Dremd aus! Der Handringer hat was drauf! Die Begeber, und bleib vorsichtig! Du! 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 Hey, Arschloch! Kannste eine neue Waffe ausrüsten? Munition ist leer! Was ist los, Mann? Mach schon! Fuck! Was ist los? Aus dem Bus! Was ist los? Sie haben alle getötet! Was ist los? 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 Na komm! Wach ab! Oh, Mensch! okay ich glaube das war der letzte alles okay ja ich glaube schon gut sehen wir zu dass wir wegkommen du weißt wie es läuft sie dich um und suche nach was nützlich zu befehl natürlich das auto vergessen das eine flasche okay siehst du was und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Dann halt nicht. Ja, ich weiß schon, wo's lang geht. Na los! Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuhebeln. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Loch. Elie! Gut. Okay, look! Okay, let's get on. Ach du Schande! Erreichte Werkzeugstufe 2. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wie erledigt. Rauchbombe. Oxidenter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegner verbirgt. Er entsündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden gegen ein Explosionsradius betäubt. Irrer können im Rauch nichts sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, nicht an. Nutze das, wenn du unterlegen bist, oder stürme in eine Gruppe Feinde hinein, während du betäubt sind. Eben. Gerade so. Na los, verschwinden wir hier. Verzeichnis der Fremden. Vierter Achter. Schuhe viermal, Jacke, sonstige Kleidung sechsmal, Reifen viermal, Defi-Medizin zweimal, Kochgeschirr sechster. Achter. Schuhe zweimal, Defi-Kleidung dreimal, Rucksack-Konserven dreimal, getrocknetes Essen viermal, siebter Achter. Achter. Schuhe viermal, Jacken zweimal, Defi-Kleidung siebenmal, getrocknetes Essen zweimal, Achter Achter. Nichts, alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenn beide Seiten. Oh. Und äh, bringst du viele Unschuldige um? Na. Das heißt dann wohl ja. Ja. Versteh es wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Oh, Pillen. Medikid-Verbesserung. Medikids sind jetzt 33% stärker ansehen. Medizinisches Handbuchband 1. Verbesserte Effektivität. Erste Hilfe-Maßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Erster Stabiliere gegen Schiene eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Zweitens. Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke oder unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Drittens. Die Schiene muss sicher oder unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Viertens. Durch Ablasten des Bereichs abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Trainingsbücher. Messerschärfen. Messer haben Buch 1. Verbesserte Heilbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Okay. Was, Comics? Trägerteilchen. Safegate Starlight Trägerteilchen. Buch 3. Trägerteilchen. Daniels Ergebnis unwillig zur Kenntnis nehmend musste der Rat die humanöse Tatsache akzeptieren. Eine Reihe von superschweren Objekten erscheinen nahegelegenen Sternensystemen und verschwanden wieder. Die Objekte vollführten einen Bogen und eines würde das Sol-System in wenigen Tagen erreichen. Daniela wurde an Bord der Kopikashi gebracht, die vom Captain James Ryan geführt wird, um eine Vorortanalyse, aber Analyse der möglichen Bedrohungen durchzuführen. Analyse der Klinge. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir ein Hütter sind. Mir egal. Wir müssen weiter. Dann mal los. Äh, okay. Schussfolge. Magazin. Das werdet uns helfen. Das wird uns helfen. Das wird uns helfen. Okay, wo lang? Ach, da. Und da nicht so laut. Okay. Oh, okay. Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Wo hast du denn schießen gemacht? Ellie, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich denn? Die sonst hier seid. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldnachspelze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Rauchbomben explodieren mit einem Knall, der jeden Gegner Reichweite betäubt. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wie sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldnachspelze. Vielleicht können wir etwas plündern. Wir können das doch regeln, okay? Mal sehen, was wir finden. Hast du gesehen? Den habe ich voll erwischt! Gehen wir weiter, Kleine. Und? Ich war super, oder? Ja? 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 Ah, da geht's hoch. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Hügel verloren. Wir haben Trollhill an den übelsten Gesindel verloren, das je in einer Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unseren Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip-District genommen kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unserer Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Ach du Scheiße. Raketenwerfer. Das brauche ich nicht auch noch. 30 habe ich schon wieder. Was? Zucker? Okay. Trophäe halten. Voll ausgerüstet. Danke. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen dann... Ja genau, hol das raus. Ist okay. Okay. Warte mal. Kann ich eigentlich mittlerweile wieder auf das wechseln? Okay. Ich würde sagen, wir machen hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.